Wir haben eine griechische Spielzeit und in dieser griechischen Spielzeit gehört auch das Genre Uraufführung. Wie die Proben sich entwickeln, erweist sich wirklich an ein sehr spannendes Projekt, sehr berührend. Eine Figur, die konsequent ist wie Eleni, ist fast ein Einzelfall heutzutage. Das Spannende an der Stoff, es geht um Selbstopfer und eine Frau für ihre Kinder ist bereits zu sterben. Und natürlich ist die Thematik einerseits sehr traurig und sehr gewaltsam, aber auf der anderen Seite gibt es eventuell Grund zur Hoffnung. Natürlich ist die Geschichte total spannend und deshalb habe ich mich entschieden, nicht nur das auf dem Spielplan zu setzen, sondern auch selber zu inszenieren. Das läuft sehr gut, das läuft sehr, sehr gut und man merkt eigentlich, dass das Stück gut ist, weil die Leute sind total dabei. Die merken sich auch die Noten, die zum Teil ziemlich schwierig sind, ziemlich schnell und man hat auch Erkennungsmelodie. Und das finde ich auch schön, weil das hat so einen pittoresken Charakter und wir sind schon ziemlich weit nach einer Woche.